Da sind wir wieder. Ich musste ja so in meinem Inventar 300 Bücher haben. Genau an der gleichen Stelle, wo ich mich ausgelockt habe. Ja, ich hab bisschen gefarmt. Ähm... Ja, dann mach ich... Oh Gott, oh Gott, ich sterbe, ich sterbe! Lauf, Marco, lauf, lauf, lauf! Recken. Oh Gott, da sind noch mehr Blazes! Hilfe! Oh Gott, da ist ein Gast! Mann, ich hab kein Leben mehr! Haben wir's? Haben wir's? Herzinfarkt vorbei? Du hättest das grad sehen müssen. Ich hab... Wir haben... Außerdem haben wir zwei Blaze-Spawner genau nebeneinander. Das heißt, wir haben ne... Wir können ne geile Farm bauen. Na, das ist gut. Und ich glaub, ich werd gleich ohnmächtig. Ich bin schon ganz schwummerig. Ich bin schon ganz schwummerig. Okay, ähm... Auf jeden Fall von den... Von den Blazes, gell? Es spawnen auf einmal drei Stück, obwohl ich richtig gut ausgeleuchtet hab. Die hauen mich voll weit runter. Dann lauf ich von ihnen weg in den Gang. Und dann wollte ich den Gang rechts abbiegen. Und da sind genau drei Blazes nochmal. Dann lauf ich von denen so gerade weg. Und lauf so im Zickzack. Ein Feuerball trifft mich noch. Ich hab ein Leben. Lauf raus. Komm aus der Höhle raus. Dann kommt ein Gast und schießt mich ab. Und ich lauf grad so in die Höhle rein. Und da ballert die Höhle schon wieder auf. Aber was für ein Action. Kann man eigentlich ein Silberschwert bauen? Jetzt tipp ich Schwert ein. Ein Silberschwert? Ne, ich glaub nicht. Gibt's da nen Scheiß selber? Stil. Gib mir Stil. Brauchste. Bitte. Witz mit Stil. Motherfucker. So. Okay. Jetzt bin ich ganz gut ausgestattet. So. Ich suche mir jetzt Bücher. Im Twilight. Komm schon. Und. Aschbombe. Oh nein. Hier steht doch das Viech irgendwo. Okay. Ich hab da schonmal Blaze Rods. Sehr schön. Vier Stück hätt ich schonmal. Wie viel krieg ich ihn da raus? So. In die Richtung. Wenn wir das dann Maserate da reinmachen. Was kriegen wir da raus? Weißt du das? Ah nein. Da ist das Viech. Da ist das Viech. Dann lauf ich in die Richtung. Ähm. Acht Stück. Oder so. Für was brauchst du die nochmal? Ähm. Für. Blaze Powder. Ähm. Oh geil. Wie cool. Geh. Nein. Ja. Ähm. 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 Ja. Powder. Kann man das Maseraten? Weiß ich gar nicht. In Maserader kriegt man fünf Stück raus. Ja. Seh ich grad. Aus einem fünf Stück. Und ich brauch für den anderen Ofen. Oha. Blast. Also wie sieht der Beast schiebt einem auch so ein bisschen die Items in den Arsch. Oh. Ja. Fünf Stück aus einem. Ja. Aber das ist doch nicht so viel. Also. Na ja. Normalerweise kriegst du eins oder? Wieviel. Wieviel brauche ich denn nochmal? Ich brauche ähm. Ähm. Gott. Ich brauche noch ein paar. Was? Mist. Ich brauche dreimal. Drei mal vier. Glaub ich. Oder? Kann das sein? Der blast auf und da ist doch eins höher glaube ich. Oder nicht? Ähm. Ja. Oha. Was geht das? Und. Ähm. Sind da. Jetzt weiß ich grad gar nicht. Oh. Adam. Komm da hoch jetzt. Los. Die zwei in der Mitte sind frei oder? Kann das sein? Weißt du das nochmal? Äh. Ne. Nur eins. Oder? Zwei. Last von uns. Weißt du das ja eins höher? Könnte sein. Rechne aber damit es nur eins frei ist. Ich hab naga gefunden. Aber der bringt mir nix. Au. Ah. Die droppen grad nix. Ei. Droppen einfach nix. Ich brauche so ne Burg. Ich brauche ne Burg. Ne Burg. Ach die Burg. Ja. Ja ich brauche Bücher. Oh. Hier ist ne Hydra. Irgendwo oder? Um Gottes willen das war ja grad ein Megalag. Oh geil. Oh geil. Oh ich hab so ne Dampfding gefunden Marco. Dampfding? Ja. Den Block der Dampf macht. Hast du den her? Nein. Da ist ja Lava drunter. Verstorben. Nein. Der Block ist in die Lava gefallen. Ach Mist. Verdammt. Oh Gott Adam. Der Server lag kann das sein? Ja ich erkunde grad. Ja weil. Ich kämpfe grad gegen Blazers. Das ist nicht so gut. Die machen mich grad ganz schön platt. Weil hier ist irgendwo so ein. Oh. Da sind die. Eieiei. 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 Eieieiei. Eieieie. Eieiei. da krieg ich vier raus. 17. 17 geteilt durch. Oh ich hab's ja schon. Ich brauch nur jetzt Ich schock mich jedes mal. Oh Gott. So. Oh da ist noch einer. Ich nimm mal drei mit oder? Okay. Ich komm zurück. Jetzt reicht's mir. Oh nein. Nicht schon wieder Blaze. Weg 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 weg. So. Wieder Skeleton. Oh Gott. 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 Ah hier war dieser Stress. Warum ist das eigentlich immer so verbuggt hier? Das weiß ich auch nicht. Du weißt gar nicht was ich mein. Mein Problem ist gerade eher wie komme ich hier wieder raus? Oh stimmt Adam. Netherboards. Ich nimm Netherboards mit. Netherboards. Wenn wir bei uns jetzt anpflanzen geht das in der normalen wild ja seit wann das Schon länger Sie gehen halt nur auf soulstand also Mein kopf ist auch nicht mehr das was immer war Meiner zeit da war es noch schwer so scheiß auch nicht nachgeschoben bekommen Oh Ich brauche mehr soulstand muss ich soulstand farmen Auch das ist doof ich finde hier keine so ne burg ich will jetzt die leute auch nicht damit langweilen Ich gehe mal wieder zurück Ja das können wir schon also ich jedoch eh bald wieder da rein bestimmt Dann Ich bräuchte ja nur bücher weil wenn ich so ne burg hätte die das gibt so viele bücher Das wird mir schon reichen Aber ich habe dafür drei so dampf generatoren Dampf generatoren Ja weiß schon aus dem twilight Achso die meinst du ja ok Dampf generatoren Die sind cool Damit wird unsere industrie halle coole aussehen War ich hier schon mal Warum sind überall diese bescheuerten ghasts Das kann doch nicht wahr sein Ich komme aus ich buddel mich irgendwo raus Und dann sind das schon wieder zwei stück Was fällt denen nur ein Ja echt Frag ich mich auch Diese scheiße Viecher Das ist doch ne ich hier kann ich hinkriegen laufen Aber echt wie kommen Wie kommen die drauf dass irgendwelche Höllenviecher in der Hölle rumlaufen Das ist ja Polypocket im Wunderland wäre viel cooler gell Gibt es das überhaupt noch oder bin ich da oldschool Polypocket im Wunderland Ja war das nur so zu unserer Kindheitszeit da oder Heißt es jetzt halt Transformers Extreme Pockets oder so Jetzt mit wifi und usb Anschluss Alle die noch jung sind Ihr seid in der scheiß Kindheit aufgewachsen Unsere war viel cooler Und dann Und sah alles aus Ja ne eins ist an unten Jetzt ist es wieder an passt Gast hat es wieder angeschossen Ja aber eins ist an unten Das von mir Ja nein Hast du es wieder kaputt gemacht Nein Gast hat es kaputt gemacht Ja aber bist du dumm hingerannt Ich habe so extra eine Wand hingebaut von der einen Seite Ja was ist denn es von der anderen Seite des Dinges Ja dann musst du halt warten Glaube ich schlumpf Kurz warten bis der Gast geschossen hat und dann hinrennen Stell es dich aber auch an Stell es dich aber auch an Ich möchte von deiner Weisheit Ach egal Oh der Weg ist so Ah Moskitas Nein Moskitas Ich habe noch mehr Ich habe bestimmt wieder so ein Dudu Mein Gott Lauf Adam Lauf Lauf wie du noch nie gerannt bist 30 Kästchen noch Monster Jump Hüpp Hüpp Ah verdammt Arschbombe mit 360 Zack Oh Gott Oh Gott Hier ist der Zapfen-Duster Das gibt es doch wohl nicht Jetzt ist da schon wieder ein Gast Und ich bin in eine andere Richtung gerannt Mein Gott Ich leg mich da Ich gehe mir voll auf den Sack So Ach da ist es endlich da Ich verschöner jetzt mal unsere Fabrik Habe ich endlich so ein bescheuertes riesiges Feld gefunden Das wird voll toll Ihr werdet jetzt sehen Das wird so cool aussehen Wenn ich jetzt so Dampfmaker dabei sind Provisorisch bauen wir den erstmal hier hin Kann sein dass ich für die Oh nein Scheiße Ich habe es verkackt Ich muss nochmal zur Nether Fortress Ich habe die Polocke gar nicht abgebaut Ach man Wo noch Wo noch Noch irgendwo brauchen wir so ein Ding Ah sieht das geil aus Haut zwar die FPS ein bisschen runter Aber Ja jetzt sieht es aus Als würden wir hier arbeiten Wo hast du gerade das Rauchding hingebaut Ich habe drei Stück Bei der Fabrik Äh bei So einem Stromgenerator hingebaut Sieht ganz cool aus Sieht ganz cool aus Ähm Und unser Query baut immer noch nicht ab Kann das sein Ne Baut noch nicht ab Das war Als ich unten war War es bei der zweiten Schicht oben Oh da fug Okay Uncool So Jetzt habe ich drei Stacks Für FPS habe ich denn noch Was soll ich denn mehr aufmachen Drei Stacks Soul Sand Nehmen wir noch einen vierten mit Ah ich nehme noch einen vierten mit Ja was mache ich denn jetzt Jetzt wollte ich doch Bücher Craft holen Haben wir Leder Äh da sehe ich nix Du brauchst echt viele Bücher Also wir brauchen so ein Ding Sonst Craften können wir die sicher nicht Weil das dauert viel zu lang Och ich habe gerade die Redium gefunden Adam Ne Aber das Achso stimmt das Ne da gibt es das Ich habe gerade Soul Sand Auch abgebaut Äh Dings abgebaut Soul Sand Und dahinter war es Aber ich setze mich hier in Mark Und komme dann irgendwann mal Wenn wir Dings haben Macht es ganz klug Wenn wir so eine Silk Touch haben Und dann schmeiße ich es nämlich in Muzzle Raider Und dann kriegen wir zwei Iridium raus Und so Iridium ist scheiße Im Iridium I am Iridium I am Iridium War eins So Einz Ach dann sortiere ich mal das Zeug hier wirklich drauf Ó ich alles Dann funktioniert das nicht mit uns. So kann unsere Beziehung nicht heiter laufen. Genau. Okay. Ein bisschen Überlebensdirt lasse ich mir noch. So. Ajo. 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 Warum ist eigentlich noch niemand drauf gekommen, mit diesen und diesen Obsidian Generator. Das macht man doch immer mit dem Redstone und dann Lava drauf und wieder Redstone, Lava drauf, gell? Ja. Warum ist eigentlich noch niemand drauf gekommen, das einfach mit Portalen zu machen? Portal auszumachen, hinzugehen, es abzubauen, nochmal ein Portal anmachen, hinzugehen, abzubauen. Manade, Bildschirme und die ganzen Scheiß. Redstone aus der EMA genug. Ja, aber keine Ahnung. Also. Wäre doch eine Idee wert. Man könnte es ja auch mit einem Kumpel machen, der dann das ausmacht. Da muss man sich immer nur aus- und einloggen. Oder man hat einen Query. Oder man hat einen Query, ja. Aber ich habe jetzt gemeint, im Survival normalen. Ich glaube, Survival, da war halt immer das mit Redstone besser, eben, was einfach Redstone im Überschuss gab. Und es dadurch halt schneller ging. Die halbe Burg muss ich jetzt abbauen. Sehr gut, sehr gut. ganz hässlich danach, aber das macht nichts. Die ist nämlich schon hässlich. Oder dann? Wasser. Ja. Alles hässlich. Cool, oder? Cool, oder? Auch noch. Jetzt im Wasser, du dreckig. Wie hutsch? Der hat Freunde. Hat doch der als Freunde? Oh Gott. Das dauert so lange. Okay. Das dauert zu lange. Ich weiß jetzt eh nicht mehr, was ich gerade weitermachen soll, aber das nervt mich mit der Burg. Ja, dann mach halt was, wofür du die Burg nicht brauchst. Ja, ich warte, bis das Query anfängt zu arbeiten. Ah, da kommt Zeug. Query fängt an zu arbeiten. Oh Gott, ich hab da zu viel Zeug durch drin. Oh no 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 no. Was, was, was machst du, wenn das Query angefangen hat zu arbeiten? Zugucken. Super. Ja, dann such wenigstens Slime Balls oder so, weil die brauchen wir jetzt. Ja, aber Slime Balls würde ich ja mit dem Dings machen. Hätte ich Bücher, würde ich ein paar Portale aufmachen. Das wird laggen wie Hölle. Das Let's Play wäre scheiße und fertig. Ja, aber dann machst du es halt irgendwann anders, wenn wir denn Dings haben. So ganz einfach. Nom 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 nom. Weil das Einzige, was mir jetzt fehlt für den Stahlofen ist, sind die Slime Balls. Das ist qualvolle Ertränken, du scheiß Viech. Komm, schieß doch. Oh, verfehlt. Komm, noch mal. Nochmal. Ja, verfehlt. Komm, schieß doch. Schieß doch. Hast du sicher was reingeschüttet ins Cruey? Oh, ja, ja. Wo? Ähm, gleich am Anfang. Ach, da. Ja, das ist genug. So. Denkst du? Ey, wann kommst du hoch? Komm noch hoch, komm noch hoch. Nein, ich muss dieses Zeug fahren. Ja, aber, 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 es ist cool aus hier. Es raucht. Ja, aber ich muss das trotzdem jetzt fertig fahren, weil sonst hat es hier keiner helfen. Und sonst laufe ich dir wieder den ganzen Weg hierher. Ich muss das eh schon zum zweiten Mal machen jetzt. Ja, war schuld. Ja, siehst du? Deswegen komme ich jetzt nicht. Äh, ne goldene Pipe könnte man hier irgendwo noch einbauen. Äh, äh, äh. Aber eben, aber eben, aber eben, aber eben. Oh, so viele Natterbricks, oh Gott. Gold, gold, gold. Haben wir nicht. Gold, gold, gold. Hahaha, man, ich bin nicht. Ich hab echt so viel Zeug. Krankenwagen, Marco, Krankenwagen. Sie kommen. Lauf weg. Wollte. Wann, warum hört man das? Wenn du dein Fenster offen hast? Nein, musst du. Dann solltet ihr euch mal ein neues Fenster kaufen. Äh, funktioniert das alles jetzt? Würde ich am liebsten die ganze Zeit zugucken, aber... Boah, haben wir viel Absatz dazu. Okay, zu viel ist es gar nicht. Komm schon. Noch zwei Stück, dann hab ich wieder vier Stacks. Ach, das ist wieder da, wo ich nichts abbauen darf. Den bauen wir ab. Zack. Okay. Jetzt komm ich zurück, Adam. Immer dieses Umherwandern. So, und dann... Bahn. Das war der Testi. Oh Gott, schock. So. Hatte ich einen Testi geschockt. Hat da mich geschockt. Der Drecksack. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Okay, es funktioniert. Ah, ich kann hier nicht mehr rausspringen. Kommst du, kommst du? Adam hinter dem Lava-Fall. Da waren Glowstones versteckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brenne, ich bin Lava. Muss ich das kommentieren? Äh, wir haben noch 15 Nether Bricks, gell? Ja, aber das reicht mir nicht. Das reicht für zwei, drei Steine. Wo ist denn das eine Glas hin? So eine Glas hab ich mitgenommen. In irgendeine Kiste reingesteckt. Oh, da, 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 da. Da ist ein fetter, creamy, cream, cream. Das ist in keiner Kiste. So ein hüpfender Cream Ball. Wer ist denn noch mal? Magma. Magma Cube. Magma Slime. Magma Cube. Ah, da haben wir Glas, okay. Hast noch mal Glück gehabt. Hoppla. Toll. Was für ein Fail. Das war echt ein großer, der sich aufgeteilt hat in zwei kleine, der sich dann in vier kleinere aufgeteilt hat und nicht einer hat eins gedroppt. Was fällt dem ein? Doch, Malik. Slime Balls kriegt man in den Arsch gesteckt. War aber früher nicht so. Doch. Wenn du einen Slime Chunk hattest, schon. Da kriegst du dann auch aus einem Slime gelingen 20 Stunden. Ja, aber wenn man die mal gefunden hat, gescheit und so. Ja, hier ist... War doch recht viel Arbeit, muss man sagen. Wenn du unten in unser Query Loch schaust, wenn du da unten rumläufst, da ist einer. So, dann leg ich mich aber hier mal schlafen. Ja, und ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ja, aber wir müssen zum Ende kommen. 20 Kästchen. 10 Kästchen, 8 Kästchen. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Liege im Bett, ich liege im Bett, ich liege im Bett. Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus, okay. Ich bin's, komm. Durchs Portal. Ich komme, ich komme. Schau, wie dein Kraftwerk arbeitet. Es dampfte richtig vor Arbeitslust. Ich hab's ein bisschen hässlich hingebaut, aber. Toll. Ist aber cool. Ja, hier sieht's auch schon ganz cool aus, wenn man von oben so drauf schaut. Hat's schon was. Ja, ordentlich, ordentlich. Schön sortiert. Ich hab ganz schön viel Zeug mitgebracht. Wir haben Glowstones jetzt und so. Ja, das kannst du mal einsortieren. Aber wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Für diese Woche. Wiedersehen. Wiedersehen. Du hast ein schwules Oberthemd an. Nein, hab ich nicht. Legey. Ich hab einen coolen Smaragd in der Brust. Yo. Gey. Legey. Kuh. carne. Legey. Kuh. Kuh. Bis zum nächsten Mal.